Auf ein Neues! Ups! Komm! Schieß doch! Alter! Seid mit Kavatra! Scheiße, kaum Platz und es wimmelt nur so von Feinden. Dieser Platz ist immer leer. Keine Ahnung, warum die hier sind. Für einen Einheimischen weißt du wirklich nicht viel. Da ist der Sicherungskasten. Kannst du unauffällig vorbei und die Lichter ausschalten? Wieso machst du das nicht, Arschloch? Nein, wir brauchen ihn noch. Okay, gib mir Deckung. Bereit machen, wenn ich die Lichter treffe. Was immer ihr tut, habt eure Waffen bereit. Wir müssen im Schatten bleiben. Wir brauchen die Lichter nicht einfach ausschießen. Ja, das war knapp. Schießen darf ich ja offensichtlich nicht. Schießen darf ich ja offensichtlich nicht. Er rennt doch. Ach man. Erledigt. Karl, zum Ausgang. Gute Arbeit. Wir sind unterwegs. Wir kommen auf die Zoo. Ab unter den Wagen. So, dann machen wir hier halt die kleine Schleichpartie. Ist hier irgendwo noch Licht an? Nee. Überall aus. Anderson, Feinde haben luntergerochen und kommen in deine Richtung. Benutze dein Nachtsichtgerät, um hinauszuweichen. Ach man, du bist doch sowas von vorgestern. Ich kann euch das machen. Ich kann euch nur sehen, dass ich meine Schleichparte in der Hand von der Wagen. So, warte mal ein bisschen. Die Schleiche sind verabschiedet worden. Schrauben. Es gibt noch jemanden hier mit uns. Bez Wagen. Ich versuche, dass ich die Schleiche und die Schleiche verabschiede. Was ist denn? Dann werden wir uns die Schleiche verabschieden, Moron-1. Ich bin nicht mehr in der Wagen. Ah, nur noch. Warte, während ich mich umsehe. Wie erwartet, Scharfschütze an diesem verfallenen Gebäude am Ende. Das ist eine Sache auf großer Entfernung. Ich sehe da nichts. Ach, da oben. Ich sehe da trotzdem keinen. Aua. Verdammt. Ach, dort hinten. Wie weit ist das? Gar keine große Entfernung. Ach, shit. Ich dachte, da steht irgendwo oben rum. Aber naja. Warte, während ich mich umsehe. Nee, ich warte nicht. Ich weiß, wo er ist. Wie erwartet, Scharfschütze an diesem verfallenen Gebäude am Ende. Das ist eine Sache auf großer Entfernung. Entfernung 500 Meter. Ist doch nicht groß. Dieser Platz ist fast leergefegt. Das gefällt mir nicht. Folge meiner Führung, aber halte dich bereit. Hey, hör auf mich zu schieben. Merinoff. Aua. Was zur... Ah. Der war nicht allein. Wir bewegen uns schnell von Deckung zu Deckung. Kopf unten halten. Los. Höh. Diese niedrigen Mauern müssten uns Deckung geben. Cool bleiben. Leg dich hin, Merinoff. Oder geh mir aus dem... Ach, Mann. Oben, vor unserer Position. Mach ihn fertig. Wir sind zu exponiert. Wo? Da oben. Da hinten ist ein Medikit. Da hinten hab ich einen gesehen. Au. Geh doch sterben, Mann. Jetzt reicht's aber hier. Oh, scheiße. Ja, ja. Mann. Oh, oh, oh. Oh, nicht schon wieder ein blöder Scharfschütze. Wo ist der? Ah, neil ist Fernglas. Wie mir scheint. Ich seh ihn trotzdem nicht. Ich nehm an, er ist auf dem Balkon da drunter. Ja, der ist er. Perfekt. Oh, sogar ein schöner Kopfschluss. Nicht mehr weit. Ich zeige es dir. Ach, halt doch deine Schnauze, Merinoff. Ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. Ach, verdammt. Ach. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Drschi. Drückabschub. Häh. Nein! Hm... Wo ist der andere, der mich da die ganze Zeit entdeckt? Der muss doch irgendwo hier sein. Der ist tot. Da unten? Das ist der Merinov, der Idiot. Einfach hinter Merinov Entdeckung. Das war schlecht für die... ... Greffergenauigkeitsquote. Egal. Wo schießt der hin? Boah, fuck! Oh Gott! Oh Gott! Drück ab Schuh! Arme Sau! Feuer frei! Erledige sie schnell! Wollte der gerade sagen, lass sie? Oh, verdammt. Ich bin wohl zu schnell am Drücker hier. Komm raus, komm raus! Und stirb! Komm raus, komm raus! Und empfange mein Geschenk wie eine Kugel in die Brust. Oder in die Schulter. Oder in die Schulter. Oder in die Schulter. Wo in zu hell schießt der? Wo in zu hell schießt der? Auch dahin schießt der. oh 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 da ich weiß ja jetzt ungefähr was abgeht bis jetzt läuft es ganz gut hier hier so 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 ziemlich immersiv hier das gefühl hier 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 Da. Ah, verdammt. Runtergefallen. Schon wieder runtergefallen. Warum zur Hölle falle ich runter, wenn ich da anliege? Stirb! Sieht gut aus. Los! Gut. Dank mir, würde ich mal sagen. Danke.